...eine Farbe... ...bisschen mit der Mikrometerschraube spielen... ...gucken wir noch mal für einen Angräuter. Sie müssen ja hinten rumgehen. So, und jetzt gehen wir weiter. Haben wir jemanden an den Tecken? Haben wir jemanden an den Tecken? Der Matzen. Bei dem die Basis-Kapitoli den 6-heckig ist, ...und dann 4-heckig. Haben wir wieder wieder. Basis-Kapitoli den 4-heckig. ... ...